Wir müssen auf die Umwelt achten. Darum geht es heute um den Kurzwaschgang. Viele Leute fragen mich, kann man denn in so kurzer Zeit richtig sauber waschen? Man kann. Ariel hat was Neues. Damit haben wir es probiert. Solche Kakaoflecken. Schöne Bescherung. Eine Hälfte links, dazu kommt einmal herkömmliches Waschmittel, eine Hälfte rechts. Und Ariel direkt zur Wäsche. Und jetzt der Kurzwaschgang. Na, wollen wir mal sehen, was das neue Ariel kann. Und das Ergebnis mit dem herkömmlichen Waschmittel Neujahr. Und Ariel ganz klar, top sauber, weil es eben schnell wirkt. Ariel nicht nur sauber, sondern perfekt rein. Sogar im Kurzwaschgang.